So, was Leute, zurück zu Let's Play Kingdoms 80s auf verfluchtem Schwierigkeitsgrad. Meine Kiste ist voll, deswegen steigen wir ein und gehen in ein neues Abenteuer. Zeit für die zweite Episode. 16 Tage, ja, das hat ein wenig lang gedauert, aber ich musste immer ordentlich verteidigen und die Mauern hochziehen. Das war wichtig. So, mit dem Boot kommen wir jetzt in den Vorordnern. Gleich neben der Landschaftsschau. Gleich mal hoch. Ich muss aufpassen, ich darf kein Geld verlieren. Ich muss gleich investieren. Gleich investieren. Und ausbauen. Na, wir können gleich hier doppelt ausbauen. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Zwei weitere und den. Dann bauen wir das gleich weiter aus. Wir müssen gleich Geld einsetzen. Das sollt ihr schon hacken. Das sollt ihr danach auch gleich hacken. Da sind noch mehr Kinder. Sehr gut. Gleich rekrutieren. Und hier in der Richtung ist lange Zeit nix. Da ist der... Okay, und da ist auch das Portal. Also wir müssen erst nach links. Wir müssen uns erst nach links ausbreiten. Aber gut, dass da auch was zu holen ist. Also kindermäßig. Gut, das wird jetzt ein wenig dauern, bis das ausgebaut ist. Äh, bis es abgebaut ist, hauptsächlich. Das ist eher der richtige Terminus. Die Mauer kann verbessert werden. Die kann auch verbessert werden. Wir haben... Würde ich sagen, genug... Leute zum Bauen. Vorerst. Der Baum wurde noch nicht abgehackt. Das ist schlicht. Oh, und da ist gleich ein Portal. Das ist... mehr als schlicht. Das ist ja ganz üble Sache. Hundi haben wir jetzt. Genau, Bauarbeiter. Hallo. Wir brauchen dich auf der Seite, weil ich habe hier... sonst nix. Das wird jetzt ein wenig dauern. Es ist die Nacht rum. Aber es ist dumm, dass da rechts... Kinder sind. Ja, ein Spielplatz außerhalb meiner Reichweite will ich damit meinen. Weißt du, wo? Von rechts? Äh, von links. Wobei... Wird dann hier mehr ausgebaut? Das... Wird ich, glaube ich, gerade nicht. So. Will gerade sagen... Will gerade sagen, die Kids kommen gar nicht zurück. Ich habe hier einen Jäger verloren, weil der einfach nicht zurückgegangen ist. Das ist bitter. Das war verschwendete Ressourcen. Das ist alles suboptimal, wie es hier gerade läuft. Ich brauche mehr Kinder. Da ist ein weiteres Kind. Also Kinder sind jetzt gerade... eine wichtige Ressource. Und ich muss mich hier in die Richtung weiter ausbauen. Ähm... Naja, Limonadenstand ist auch nicht schlecht. Da, eine Mauer... Ist nicht das Beste. Eigentlich ist hier schon eine super Verteidigung hier an der Stelle. Ah, das da kann von einem Kind bedient werden. Falls ich hier niemanden Arbeitslosen habe. Erstmal muss ich nämlich... die Verteidigung hochschrauben. Und dazu muss ich eigentlich... an diesem Portal vorbei. Ne, der Spielplatz ist verdorben. Ich muss das Portal erobern. Und ich muss mich mal ein wenig hier umschauen. Das hat alles keinen Sinn. Okay. Ich habe bloß zwei Lager für Kinder. Das ist schlecht. Das wird mich in dieser Mission... sehr, sehr verlangsam. Anstatt drei Lager zur Verfügung zu haben. Naja. Dann... ist es so. Hier kriegen wir ein weiteres Lager. Also... Ist auch eine Überlegung wert, das da kaputt zu machen, weil... dann kommen wir schneller hier voran. Kinder. Wir brauchen Kinder. Das war der nächste Bogen. Jetzt bräuchte... Ach ne, das machen, glaube ich, auch... Bauarbeiter. Wir haben hier die Verteidigung hoch. Jetzt ist die Frage, von was hängt es denn ab, dass ich die nächste Stufe bauen kann? Kann ich die nächste Stufe... Ach, ich kann die nächste Stufe, glaube ich, schon bauen. So, das müsste eigentlich schon reichen. Eine Stufe noch. Dann kann ich in den Angriffskrieg gehen. Warum kann ich jetzt noch nicht weiterentwickeln? Weiterbauen. Ich muss hier, glaube ich... Hier muss ich die Mauer hinmachen. Das wäre eine gute Geldquelle hier noch. Einziger Haken ist, dass da kein Turm zu verteidigen ist. Na, ich dachte, da ist noch ein Kind. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall weiter investieren. Da macht es eigentlich auch Sinn, wenn ich... ...zumindest hier die Mauer erweitere. Noch können wir es uns leisten. Noch können wir es uns leisten. Diese Spielplätze. Ich brauche mehr. Ich brauche... Ich brauche den Dude zum Verteidigen, damit ich weniger Bogenschützen brauche. Ich brauche erst den Dude zum Verteidigen. Ich weiß nicht, in welcher Richtung leider unser Ziel ist. Die Brücke war rechts immer. Dann gehe ich davon aus, dass sie immer noch rechts ist. Oder war sie in der Richtung von dem? Kann auch sein. Ja, so kommen wir ein bisschen voran. Das ist gut. Na? 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 Los! Der muss auch weg. Kind! Kind ist bereit, zu deployen! Dann kann gleich der... ...sch... ...das Schwimm... ...wim... ...das Freibad hier eröffnet werden. Mhm. Das ist gut. Das ist alles gut. Der holt sich da, das Zeug. Ja, hier ist, glaube ich, auch eine gute Position zum Verteidigen. Ja, das ist, glaube ich, gut, was hier wird. Hier wird was Gutes. Hier passiert was Gutes. Los! Nein, andere Richtung. Gebt mir Geld. Ich muss hier die Verteidiger noch ein bisschen weiter stärken. Sehr gut. Jetzt muss ich auf der anderen Seite mal schauen. Ah, Rasenmäher Joe war auch gut. Ja, jetzt können wir es erweitern. Ich glaube, eine Nacht oder sowas muss man warten. Kann gut sein. Ist meine Theorie richtig? Sehr schön. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Nein. Einzig problematisch. Hier haben wir keine doppelte Mauer. Das gefällt mir nicht. Von links. Naja. Von rechts kommen mir sicher auch welche. Man kann nie genug Borgenschützen haben. Warum rennt ihr nach rechts? Hat das eine Begründung, warum ihr nach rechts lauft? Ich habe jetzt genug, um hier Belagerung zu aktivieren. Upgrade! Available! Nice. Kind, sehr schön. Ja, und dann nutzen wir doch gleich mal... Hoffentlich kommt jetzt keine rote Zahl. Jetzt kommt doch bestimmt eine rote Zahl, oder? Nein, keine rote Zahl. Perfekt. Na dann, greifen wir an. Und in der Zwischenzeit könnt ihr das upgraden. Das ist auch sehr gut. Auch hier können ein paar Bäume weggemacht werden. Wobei, ob sie das schaffen... Naja. Wir werden es sehen. Jetzt ist auf jeden Fall seine Technik wichtiger. Dann kriegen wir Türme. Türme! Und die helfen uns bei der Verteidigung. Unglaublich. Also dann haben wir jetzt die Möglichkeit, anzugreifen. Das ist auch sehr wichtig. Wir müssen halt dann bloß immer ordentlich verteidigen. Wir müssen dann als nächstes erstmal links... äh... rechts angreifen, weil ich brauche dieses... Ich brauche unbedingt dieses eine... Ich wollte gerade sagen, da kommen doch jetzt die, die... ...meine Teilangreifen... ...meine Teilangreifen. Das stört das Portal. Irgendwann muss ich wahrscheinlich dann... ...retrainen. Wollte kurz sagen, Hundi, was machst du? Wenn sie die... Aber die Kiste... Die machen... Die Kiste jetzt so viel Schaden. Schade. Falls sie überhaupt treffen. Ja. Wir sind stärker denn je. Können wir das auch gleich abbauen? Schade. Weil hier ist eigentlich... Ah... Hier kann man gut verteidigen. Glaube ich zumindest. Ja, jetzt können wir solche Sachen... Was? Zum Teufel! Verfluchter Modus! Seht ihr das auch? Okay. Der verfluchte Modus schlägt zu. Irgendlang, was? Achso, den Kampfroboter. Ja, klar. Den wollen wir natürlich auch. Geil. Ach, der verfluchte Modus. Das kostet ja alles Unmengen an Geld. Okay. Verflucht... ...ist teuer. Schweineteuer. Aber naja. Das ist dann nun mal so. Zumindest hier drin brauche ich eine Verteidigungsanlage. Eine stärkere. Gottes Willen ist das teuer. Aber durch gutes Wirtschaften ist das kein Problem. Wir brauchen mehr Verteidiger. Ach, wir könnten noch eine Stufe höher. Das stimmt. Wir könnten noch eine Stufe höher. Ähm... Achso, da vorne ist die noch. Ähm... Haben wir hier keine Verteidiger? Sagt bloß, wir haben die ganzen Verteidigern an unserer Kiste dran geklebt. Klebend. Dann muss ich mal halt hier mitverkleidigen. No, die Münze. Not the Münze. Eigentlich ist das, glaube ich... Hier ist eine super Verteidigung. Tja, brauchen wir bloß Bauarbeiter. Unmengen Bauarbeiter. Hier ist die Bushaltestelle. Oh, Geld. I like it. Wenn da ein Bauarbeiter hinlaufen würde, wäre ich ganz... ganz erfreut. Ach, das muss weiter abgegradet werden. Ich muss ja eigentlich jetzt nach rechts. Ich muss nach rechts. Punkt. Nicht eigentlich, ich muss nach rechts. Ich muss ja rechts das jetzt einnehmen. Damit ich einen weiteren Spielplatz habe. Weitere Quellen für... Kinder. Weil sonst zieht es sich ziemlich lang. Und ziemlich erbärmlich. Sehr gut, da ist ein Kind. Habt ihr Geld? Gebt mir Geld. Sehr schön. Gut gemacht. Wunderbar. Als nächstes greifen wir hier an. Um den Spielplatz zu befreien. Um mehr Kinder zu produzieren. Um mehr Kinder anzulocken aus der Nachbarschaft, die für mich kämpfen können. Für den Krieg. Gegen die Greedlinge. Die Erwachsenen sind von Greed zerfressen. Deswegen müssen die Kinder jetzt herhalten. So ist die Lore. Nein, die Münzen. Die kostbaren Münzen. Das Reh steht gefährlich. Hund, du auch. Komm, zerstört es mal ein wenig schneller. Schon wieder dunkel, oder? Ich erwarte von da den Retiliation-Schlag. Ja, Hundi bestätigt es. Ja, gut, wir sollten... Das dauert ja, bis wir zurückkommen. Und so ein Hardcore-Angriff, weiß ich gar nicht, ob wir den gerade mit unserer Verteidigung standen. Besonders, wenn solche Brecher kommen. Wobei, der Laser kann den Brecher besiegen. Solange keine brechenden Shell-Monster kommen, ist alles gut. Ja, ein Kind für die Armee. Geil. Ja, Brecher. Okay. Okay, dagegen habe ich noch nicht genügend Verteidigung. Nein. Ein Bogenschütze, ich wollte gerade sagen. Der Bogenschütze ist ziemlich gefährdet. Geil. Wir haben es überlebt. Aber wir brauchen jetzt echt eine Armee. Ich muss jetzt mich darum kümmern, die Verteidigung hochzuhalten. Äh, hochzuhauen. Ja, komm schon. Bleib stehen. Ich möchte dich eigentlich... Ja, das möchte ich. Hier liegt viel Geld rum. Jetzt kommen schon wieder irgendwelche Gegner. Ja, ein Kind ist gespawnt. Und jetzt kommt ein Gegner. Normal-Gegner. Normal-Gegner. In Anführungsstrichen. Was ist schon normal? Ja, wie gesagt, die Brecher sind die einzigen gefährlichen tatsächlich. Und klar, ich hätte noch eine... Ich brauche bald mal eine zweite Mauer hin. Oder ein Gebiet für eine zweite Mauer. Weil, so wie es jetzt gerade ist, ist es zu gefährlich. Zu wenig. Aber jetzt ein weiterer Spielplatz unterstützt mich in meinen Bemühungen. Ich muss mal auf der linken Seite schauen, wegen Geld. Ich habe gerade wieder zu wenig Geld. Außerdem ist links ja auch noch ein Spielplatz. Den kann man auch gebrauchen. Perfektes Timing. Gerade ein zweiter hier gespawnt. Oh, du, hast du beim Rasenman schon einiges gesammelt? Sehr gut. Den Limonadenstand kann man hier nutzen. Aktivieren. Ich würde gerne hier die Verteidigung hochhauen. War hier nicht mal eine stärkere Verteidigung? Könnte das auch so sein. Das ist nicht mehr. Kann schon sein. Und ich muss auf jeden Fall hier auch ein bisschen Holz wegmachen. Und die Verteidigung hier hochziehen. Und Arcade? Ist die Arcade jetzt eigentlich aktiviert? Weil in der anderen Map ist ja die Arcade etwas, wo die Nichtbeschäftigten was machen könnten. Ähm. Wie sieht es mit mehr Bauarbeitern aus? Wo sind die restlichen Bauarbeiter? Ich habe doch mehr Bauarbeit oder nicht? Habe ich wirklich viel an? Ne, da kommt welche. Ja. 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 Kurz mal ein wenig vorschauen. Ja, zumindest hier dieses Gebiet brauche ich. Wie weit geht es hier? Ah ja. Da ist schon zu Ende. Ja, dann passt es. Hier ist soweit vor bis zum Bus. Die Bushaltestelle noch alle Hölzer wegmachen. Und dann kann man eigentlich zufrieden sein, glaube ich. Die Mauer noch bitte um eins improve, äh, improven. Dann hier und hier wegmachen. Dann bin ich auf der Seite komplett zufrieden. Dann lasse ich das auf der Seite auch. Der Rest ist irrelevant. Das ist grad dunkel. Komm, Bauarbeiter schnellert der Hund. Ich beobachte gerade den Hund. Ja, ich glaube von links kommt jetzt was. Ja, incoming. Alles gut. Ja, das ist easy. Ich würde sagen, das ist absolut easy. Und wir haben hier viel Geld. Das ist gut. Wir können uns auf der linken Seite auf die Vertra... Verlassen, glaube ich. Das schaffen die. Wir können uns jetzt auf die rechte Seite konzentrieren. Ich weiß echt nicht, welche Seite sozusagen relevant ist. Für Krieg und sowas. Wo ich durchbrechen muss. Es war bisher immer rechts. Ich weiß nicht, ob das per Design immer rechts ist oder... Ich habe vor allem mal Glück hatte. Wir setzen einfach darauf, dass es wieder rechts ist. Oh, das ist... Ne, das Geld nutze ich lieber anderweitig. Indem ich zum Beispiel die Armee aufbaue. Und neue Rekruten sammle. Und irgendwo da draußen muss ich eine Mauer hochziehen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nichtpunkt. Hier haben wir einen Tor. Den können wir mal entwickeln. Und dann müssen wir eigentlich hier in der Richtung... ...ein bisschen weiter vorankommen. Warte mal, konnte ich nicht von der anderen Seite auch? Ja, konnte ich. Ich würde gerne da rechts jetzt eine Mauer bauen. Aber das ist sehr gefährlich, da rechts eine Mauer zu bauen. Oh, das ist gut. Oh ja, das ist sehr gut. Das ist eine gute Position. Hier mache ich meine Endstation auf der rechten Seite. Ja, das ist eine perfekte Verteidigungsposition. Da kann mir dann keiner was anhaben. Den kann ich schon mal entwickeln. Das schadet nie. Mehr Türme schadet nie. Jetzt muss ich halt warten, bis die Bauarbeiter kommen. Und dann werde ich auf der rechten Seite mich weiterentwickeln. Das Einzige, wo ich aufpassen muss, ist ein roter Tag. Weil da muss ich, glaube ich, dann die Verteidigung richtig hochfahren. Mal kurz fragen. Kommen irgendwann Bauarbeiter? Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Schön Bäume fällen. Die äußeren Bäume müssen auch gefällt werden. Sonst komme ich an die mittleren nicht ran. Sehr gut. Der Baum. Achso, der wird schon gefällt. Wunderbar, wunderbar. Okay, weiter rücken. Weiter vorrücken. Das und das. Der Baum und... Ah, da muss ich noch weiter. Aber das wird toll. Das wird toll. Ja, jetzt müssen wir uns zurückziehen. Du darfst nicht. Das... Das wird schlecht enden. Dafür sind die Verteidigungstürme da. Okay. Sehe ich das richtig? Wir haben ja alles weggedefft. Auf der Seite zumindest. Ja, mega. Dann können die gleich weiterarbeiten. Und können die Verteidigung hochziehen. Weil das ist Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion. Hier wird eine Todeswand entstehen. Da kommt keiner so leicht durch. Da vorne kann ich auch noch eine Wand und noch einen Turm machen. Ich glaube, zwei Wände reichen vollkommen. Und ich will die so, wie sie sind. Ich will sie nicht gerade abgegradet haben. Noch dazu. Weiter vorrücken. Ja, okay. Da sind wir am Ende im Gelände angelangt. Weiter vorrücken können wir gar nicht. Ach, der Tag. Heißt, wir müssen jetzt voll konzentriert und hier aufzubauen. Hier die Verteidigung aufbauen. Das Problem ist... Ich brauche halt die Leute bis hierher. Das Lager hat sich nicht erweitert. Kann das sein? Doch, da kommen sie. Und sie bringen das nötige Kleingeld mit für die Bauarbeiten. Das muss abgegradet werden. Das muss massiv abgegradet werden. Ja, wir müssen jetzt das ganze Geld hier in die Verteidigung stecken. Hier kann ich mir noch einen Turm leisten. Was auch absolut notwendig ist. Zwei Verteidigungsmauern reichen, glaube ich, aus. Plus drei Türme. Wohlgemerkt. So, ich brauche mehr Geld. Ich muss auf die andere Seite. Ich brauche mehr Rekruten. Ach, stimmt ja. An einem roten Tag kommen die nur von einer Seite. Und wie es scheint. Und wie es scheint, von links. Weil sonst würden sie sich jetzt nicht alle nach links verziehen. Hätte ich den Verteidigungsturm mitnehmen sollen? Oder Angriffsturm. Ist ja eh ein Angriffsturm. Ich habe kein Geld, um zu rekrutieren. Oh, Geld. Um zu rekrutieren. Ja, trink einen Schluck Mountain Dew. Gut. Oder Seven Up. Irgendwas Giftgrünes, was du da trinkst. Okay. Scheinbar beginnt hier der Großangriff. Und der beginnt ziemlich zeitnah. Gut, dann erwarten wir den Angriff einfach mal. Ich habe gehofft, der Bauarbeiter aus dem Arcade kommt jetzt raus. Und baut es jetzt auf. Gut. Ich hoffe, der lässt sich nicht stören, wenn jetzt gerade ein großer Angriff kommt. Ja, gib mir Geld. Ja, Geld. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich sowas von gebrauchen. Wir sind bereit. Da sind sie. Zum Angriff, meine Fahrradreiter. Hundi, beruhig dich. Ich hoffe, der Turm schießt auch drauf. Ja. Ja, das ist wichtig. Das ist ein roter Angriff. Und die Vergeltungsschläge entfährt. Alles gut. Alles gut, Chi. Das machen wir jetzt auch bombenfest hier. Sehr gut. Wunderbar. Hier kommt keiner mehr durch. Die Verteidigung steht hier. Hast du Geld für mich? Nein, du hast kein Geld für mich. Nein. Enttäuschung. Rein Enttäuschung seid ihr in eurer Kindheit. Oh, du bist kein Enttäuschung. Du bist ein Guter. Du willst mir Geld bringen. Ja, du willst mir Geld bringen. So, ähm, dann würde ich sagen, prinzipiell weiß ich nicht so genau, aber... Hättest du mir Geld gegeben, hätte ich vielleicht... Nee. Dann würde ich sagen, greifen wir doch weiter an. Greifen wir doch weiter an. Hm, da die alle rechts waren. Da warte ich jetzt hier... Genau, ich erwarte hier nicht viel. Hier ist niemand. Was ich möchte, ist das da kaputt machen. Muss ich nur hoffen, dass sie kommen. Und dann erwarte ich den Vergeltungsschlag von der rechten Seite. Ach, das ist schlecht, weil das Geld ist, Mangelware. Weil Leute Mangelware ist. Die Spielplätze produzieren nicht genügend Kinder, finde ich. Was ist mit den Spielplätzen heutzutage? Keiner will mehr spielen. Ja, ich darf nicht näher. Ohne Bogenschützen komme ich da nicht weiter. Da kommen sie. Okay. Dann können wir darüber reden, hier weiter vorzurücken. Noch ein Stückchen vor. Coole Sache, dass der Verteidigungsturm auch ein bisschen angegriffen hat. Aber er wird nicht benötigt. Tatsächlich, das einzig Gefährliche sind große Typis. Finde ich. Die tanken für die kleinen Viechers. Und wo kommt der Vergeltungsschlag? Wahrscheinlich von rechts, oder? Ja. Von rechts kommt irgendwas. Bauarbeiter, das ist keine kluge Entscheidung, was du da machst. Eine notwendige, aber keine kluge. Ach du Schandler, kommt was Böses. Ja, Verteidigungsturm ist notwendig. Verteidigungstürme sind notwendig. Geld ist notwendig. Das war... Oh ja, haha. Das ist eine gute Position zum Verteidigen. Sehr gute Position zum Verteidigen, finde ich. So, die Verteidigung, haben wir ja festgestellt, ist hier bombenfest. Jetzt schauen wir nochmal. Wohin geht's denn hier? Ich dachte, den hab ich angeklickt. Vielleicht hab ich's vergessen. Das mit dem Geschenk... Oh nein, das mit dem Geschenk kenn ich auch. Aber das mit dem Geschenk ist ein Indiz. Wir sind auf der falschen Seite. Hier ist nicht die richtige Seite. Wir sind hier falsch. Wir müssen in die andere Richtung. Die andere Richtung ist anscheinend... Die Brücke tippe ich jetzt mal... Äh, Moment. Ist das jetzt Nacht? Schau mal, ist das eine Nacht. Ist das eine rote Nacht? Nein, das ist keine rote Nacht. Kannst du das noch rechtzeitig machen? Weil dann... Ziehen wir uns zurück. Wir sind auf der falschen Seite die ganze Zeit unterwegs. Ah. Weil dieses Geschenk war eigentlich auf der anderen Seite bisher immer. Und das deute ich jetzt als eindeutiges Indiz, dass ich falsch bin. Na gut, dann machen wir hier dicht. Also mit drei Türmen und starken Wänden. Da sollten wir hier ganz gut zurechtkommen. Oder sollten die hier ganz gut zurechtkommen. Deswegen... Ja, wobei, das kann ich auch nochmal eins upgraden. Wenn denn sogar zwei. Hier haben wir auf jeden Fall ein gutes Farmgebiet. Wir haben hier... Das passt ja alles. Wir können hier den Garagensail aktivieren. Warte. Ja. Brauchen jetzt ein paar Kinder. Die überhaupt Sachen bedienen können. Das ist auch gut. Und dann müssen wir eigentlich in die andere Richtung. Wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Wir brauchen ein paar mehr Verteidiger. Weil die Verteidiger, die wir an unseren Kriegszug angebunden haben... Die sind halt an unseren Kriegszug gebunden. Wobei, die Türme gleichen das hoffentlich gut aus. Also wenn keine rote Welle kommt, sollten wir das... Die ohne Probleme schaffen. Ich brauch Geld. Geld, der Limonadenstand ist... Geldsegen. Jawohl. Auch das geht gut. Jawohl. Naja, dann müssen wir nach links. Links ist unser eigentlicher Hauptziehen. Ah, schon wieder. Der Limonadenstand, der... Der läuft. Auch hier. Das läuft. Das ist dort hinten auch auf der maximalen Stufe, ja. Ach. Ach, brauchen wir nicht. Hab grad überlegt, will ich dann vielleicht die Türme aus... Zweite... Aber ich würde sagen, nein, wir greifen an. Wenn möglich. Ja, ist möglich. Angriff. Dann machen sie fertig. Und dann bin ich eigentlich auf der Seite auch eigentlich durch, weil die Verteidigung ist... Sie ist nicht so gut wie die bisherige. Also mir fehlen noch ein paar... Ich hätte gerne ein paar Türme noch. Aber... Nein. Die rechts ist schon bombastisch. Die Verteidigung. Da kann man nicht jammern. Bei drei Türmen. Das Einzige ist halt, dass ich weiter mehr Bogenschutz. Mehr Bogenschutz. Immer mehr Bogenschutz. Mehr, 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 mehr. Das ist die sonstigste. Undi, du sagst mir, von wo die... Die Gegenangriffswelle kommt und dann ist alles gut. Dann ist auch dieses Gebiet relativ safe. Geschafft. Würde ich überhaupt nicht. Es kommt dann noch... Klare Sache. Es kommt dann noch diese Brücke. Oh, shit. Das... Das ist was Neues. Das ist was Neues. Ach so, wegen Nacht. Okay. Oh, ich hab schon Angst gehabt, dass das jetzt durch den Angriff kam. Aber es kam, weil jetzt gerade Nacht ist. Oh. Aber auch interessant. Wir haben eine Nachtwelle besiegt. Auch auf Verflucht. Mit unserer Armee. Wir sind die Greedlinge. Wir machen einfach weiter in den Wald weg. Okay. Okay. Und ich seh dich nicht. Wo zeigst du hin? Ah. War zu erwarten. Da kommen sie. Ja, der hat den Baum weggemacht. Ja, schub sie weg. Genau. Schub sie weg. Die machen die Tonne kaputt. Das wird teuer. Der eine Baum wird teuer. Retreat. Hat's fast geschafft. Ihr habt's doch fast geschafft. Ja, der schafft ja ohne Probleme. Da bin ich safe. Okay. Bauen wir uns ein neues Belagerungsgerät. Die Türme kriegen das schon hin. Wir könnten eigentlich auch die Base upgraden. Ah, wir haben ein paar Kids verloren, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber wir können noch ein paar Kids rekrutieren. Und das upgraden. Unsere Tasche ist ordentlich voll. Das können wir machen. Dann kriegt die Base hier. Ne, die Base hat schon Türme. Sehr schön. So, neue Rekruten. Sehr schön. Rechts noch ein paar Rekruten. Einer zumindest, ja. Ah, zwei super. Geil. Gut. Dann will ich hier noch... Sehr gut. Die Mauer wird dicht gemacht. Ich hoffe das Geld. Da kommt ein Mörser. Da kommt ein Laser. Und hier ist eine ganz normale Schusskanone. Das ist okay. Aber ein Mörser wäre hier, glaube ich, auch okay. Hier kommt keiner durch. Okay. Ne. Geld habe ich. Das passt alles. Die Verteidigung ist hier bombenfest. So was von bombenfest. Also da kommt nicht mal... Da kommt nicht mal... Ah, zwei rote Wellen auf einmal könnten vielleicht durchkommen. Hier sehe ich Schuhe. Das sehe ich ja auch zum ersten Mal. Hier sind Schuhe oben dran hängen. Aber ich kriege kein Kind daraus. Schuhe allein sind keine Lösung. Hier ist auch keiner respawned. Wo ist nochmal die Kiste? Ich brauche... Ja. Mehr. Ach so, ja. Das könnte ja... Habe ich ja gemeint... Auch hier nützlich sein. So. Jetzt wird das wieder repariert. Das wird repariert. Und dann sind wir wieder ready. Weiter geht's. Oh ja. Das Geld könnt ihr da lassen. Immer noch... Doch, da sind zwei Schuhe, oder? Zwei Paar Schuhe. Vielleicht spawnt ja da gleich was. Du, bist du ein Obdachlose? Ja. Hm, die Obdachlosenkinder. Der Retter der Obdachlosenkinder. Da brauche ich eher einen Laser. Für die Big Boys. Um die kaputt zu machen. Ach ja, ich hätte gern mehr Türme. Gibt's hier keine Türme? Tatsächlich weit und breit keinen Turm zu sehen. Belastend. Durchaus belastend. Ähm... Ah, shit. Ach, ich drücke mal das andere Shift. Links Shift geht nur. Rechts Shift geht nur. Retreat! Wir sind ein bisschen weit draußen. Das könnte gefährlich werden. Weg da, einfach weg da, einfach weiter zurück. Wir sind bald an der Mauer angelangt. Ist ja bloß eine normale Nachtwelle, oder? Da ist ja kein... Kein besonderer Dude dabei. Ja, habt ihr den Laser von der... Von der Entfernung gesehen? Das war ein Mega-Laser. Wurde repariert. Gegenangriff. Und wie die kleinen Viecher mich ignorieren. Finde ich auch süß. Meine Radler ignorieren sie allerdings nicht. Die haben eine Akku gegen die. Aber die... Aber die... Die schubst die nur und die macht dir keinen Schaden. Ist auch manchmal wichtig zu schubsen, aber... Wir brauchen es gerade nicht. Stattdessen war da gerade ein Portal zu sehen. Glaub ich. Ja, das wird wahrscheinlich das Portal vor der Brücke sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil im Hintergrund wird es ein bisschen aufgelockerter. Das könnte ein Hinweis sein, dass wir uns der Brücke nähern. Und dann ist gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Sieht Wasser im Hintergrund aus. Oder... Ne. Nein, das ist die Brücke. Da sehe ich doch schon. Das ist die Brücke. So, an der Brücke brauchen wir eine starke Verteidigung. Diesmal. Nicht wie beim letzten Mal. Auch schwer. Da haben wir es zwar auch geschafft, aber... Das war knackig. Ich fand es nicht so gut. Moment. Wenn das das letzte Portal auf der Seite ist, dann passiert da nichts mehr. Dann kann ich hier direkt weitermachen. Das ist aber auch ein hartnäckigeres Portal, kann das sein. Das ist ja auch das letzte auf der Seite. Das wäre gerade Nacht. Und der Tag geht weiter. Das ist das wichtige, entscheidende Kriterium. Na gut, hier brauchen wir eine ordentliche Verteidigung. Im Gegensatz zum letzten Mal müssen wir hier was machen. Und wir haben nicht viele Optionen hier auf der Seite, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen belastend. Das ist ein bisschen belastend. Eigentlich müsste ich sofort schon runterfahren. Die Brücke. Besser als so wird es schon fast gar nicht mehr. Ein normaler Schuss und ein Laserschuss, das glaube ich, sind ganz gute Sachen. Wenn ich die zwei Wände hier zum Mauern mache, das ist glaube ich auch ganz gut. Da ist schon mal ein Bauarbeiter, das ist gut. Der kann auf der Seite, dann sind die hier auf der Seite. Okay, das muss noch ein bisschen was passieren. Und dann greifen wir an. Kann ich hier vielleicht noch was rausholen? Sieht nicht so aus. Und das Letzte, was ich dann brauche, ist viel Geld. Viel Geld brauche ich dann noch, um für die nächste Mission ordentliches Geld übrig zu haben. Wo wir den Truck bauen müssen. Das wird wahrscheinlich auch höllisch. Ah, da wäre eine Turmmöglichkeit. Die können wir mal machen, falls wir in die peinliche Lage kommen, dass wir komplett zurückziehen müssen. Da ist auch ein Turm. Sehr gut. Ich glaube, hier ist ein Laserstrahl sehr sinnvoll. Weil der Laserstrahl, im Gegensatz zu den langsamen Geschossen, die kommen zwar häufiger, aber auf das sie zielen, stirbt wahrscheinlich dort vorne. Der Laserstrahl schießt halt direkt auf den Target. Laserstrahl schießt halt direkt auf den Target. So, ähm... Hier. Laser. Laser-Modus. Tja, jetzt müssen wir hier die Mauer hochziehen. Diese Türme, ob sie auch zu Mauern werden sollen? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Das macht keinen Sinn. Moment, da ist noch ein Bäumchen. Der muss noch weg. Der muss noch weg. Die ist Bromenet. Ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite, um da Geld einzusnacken. Währenddessen werden die wahrscheinlich auf dem Weg hierher viel Geld machen. Ach ja, stimmt ja. Die Kämpfer, die ich angeheuert habe... Oh ja, die werden wahrscheinlich auch sehr nützlich sein, dann rechts... äh, links. Die kann ich dann auch gut gebrauchen. Aber ich gehe nochmal nach rechts um Geld. Nochmal rekruten. Einfach nix dem Zufall überlassen. Die Armee noch ein bisschen steigern. Wir haben sogar noch Bögen. Weniger Kinder als Bögen. Gut, so. Einmal da drüben noch. Genau, auch noch zwei. Dann sind die Bögen weg. Nehme ich doch gerne mit. Vielen Dank. Äffchenverkäufe. Deswegen bin ich hier. Deswegen bin ich hier. Ich brauche sehr viel Geld, um die Mauern hochzuziehen. Und das nächste Mal, wenn ich komme, habt ihr hoffentlich noch mehr Geld. Weil dann komme ich und... Äh... Brauche das Geld, um fortzufahren. Um im nächsten Gebiet wieder einen sehr guten Start hinlegen zu können. Welcher Tag ist heute? 13. Na ja. Nee. Also um die 50er-Quest zu schaffen. Oder 50er-Achievement auf... auf... Verwunschen. Äh... Ist ein bisschen zu heftig. Nicht mal die Armee mit mir hinterher schleppen. Ähm... Das Schöne ist da links... Ja, da gibt's halt nix, man. Das Schlechte ist da links verdienen sie jetzt auch kein Geld mehr. Weil da ist ja nix zum Farmen. Da bin ich auf solche Leute zum Beispiel angewiesen. Genau. Sammle du ein auf dem Weg als Speicher für mich. Wenn du ankommst, nehme ich das Geld wieder gerne an. Weil es muss in Mauern umgemünzt werden. Wobei... Sind die ganzen Bogenschützen schon nach links? Ach, die haben die ganzen Gegner... Na gut, die... Die kämpfen ja sowieso nicht gegen die. Nett von euch, aber erst brauche ich die Bauarbeiter an der Stelle. Moment. Hundi ist bisher auch ruhig. Kann es sein... Das war wirklich das Endboss-Tor. Und dann sind normalerweise die anderen Tore auch eher passiv. Oder irre ich mich da? Vielleicht irre ich mich... Nein! Nicht noch mehr Geld. Ich brauche nicht noch mehr Geld gerade. Ich muss erst noch Sachen machen. Dieses Leben schöner machen. Warum dann investieren wir in so einen Scheiß? Geht ja nicht anders. Jetzt verliere ich ja das ganze Geld wieder. Was soll denn das? Gib mir nicht so viel Geld. Luxusprobleme. Jetzt könnte ich mir wieder Geld geben. Jetzt will mir aber keiner wieder Geld geben. Immer dasselbe mit denen. Kommen endlich mal weitere Bauarbeiter. Also schön. Und tauchen gleich wieder ab. Was soll denn das? Ach so, die wollen wahrscheinlich zu diesen Orten, wo man Geld verdienen kann. Aber nee, ich brauche hier. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Aber Barrikaden? Darum gehört keiner geredet. Deswegen auf geht's. Ihr könnt gleich da bleiben. Hallo, was ist denn das für eine Arbeitsmoral hier? Oh ja, bringt ihr Geld mit? Ja, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ihr tötet alles, was auf dem Weg liegt. So verdient ihr nochmal Geld. Ist doch schön. So, und dann hinten noch. Und dann fahren wir noch einmal nach rechts, um das Geld aufzuladen. Und dann sind wir fertig. Dann geht's in den Endkampf. So. Wunderbar. Mal auch, wenn die hier gut Geld mitbringen. Oh, die bringen schon echt gut mit. Aber es ist nicht so, dass mein Geld überläuft. Und das ist das, was ich haben will. Zum Endstand hier. Deswegen können wir auch nochmal Kinder holen. Die können ja mitverteidigen und sowas. Das ist nicht schlecht. Das ist nichts Verkehrtes. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir eigentlich jetzt schon ready sind. Aber, ja. Jede Münze mehr, denn im Anfang des nächsten Levels macht's halt leichter. Das muss ich mir gönnen. Das Schöne mit diesen Selbstschussanlagen ist, so in Situationen wie beim allerer... War das der erste Part? Ja, das ist schon gar nicht mehr. Aber so eine Situation, dass auf einmal durch einen... Durch ein Missverständnis alle Truppen auf einer Seite sind. Und nix machen. Während die andere Seite eingerissen wird. Sowas passiert halt dann nicht mehr. Kommen hier noch Gegner? Was ich sehen will, ist, was die Kämpfer machen. Machen die Kämpfer irgendwas? Sieht nicht so aus. Auf welchen Sinn und Zweck haben Kämpfer? Außer wenn wir keine Mauer hätten. Dann machen sie natürlich so. Das ist so toll. Diese Verteidigung ist so toll. I love it. So. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Aber, naja. Zurückfahren. Das finde ich echt schade, dass es rechts nix gibt. Nix zu holen gibt. Und genauso schade finde ich, dass ich mit den Kämpfern hier in diesem Spiel nix machen kann. Sie sind so useless. Sie kosten unglaublich viel Geld und dann... Ja. Sie sind so... So eine Risiko-Leben... Eine Risiko-Versicherung. Ob es eine Lebensversicherung ist oder eine andere Sache. So eine... Irgendeine Versicherung gegen das Risiko. Man zahlt voll viel rein und im Endeffekt haben sie keinen Nutzen. Das ist bei vielen Versicherungen so der Fall. Stellt euch vor, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit-Versicherung in einer Behörde. Nein, Behörde, die barrierefrei sind. Selbst wenn ihr Beine und Arme nicht mehr habt, so in etwa, da findet man noch einen Job. Und dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist in etwa. Oder eine Asteroiden-Versicherung. Einschlaggegen... Ja, wobei es mittlerweile, glaube ich, so eine Elementarversicherung und die ist, ja, nach letzten Ereignissen wahrscheinlich schon in manchen Gebieten zumindest sinnvoll. Also Versicherungen sind ja immer sowieso das Prinzip von... auf Risiko und Nutzen. So. Ich muss jetzt bloß warten, bis alle anderen da sind. Da sind sie ja. Und dann... Muss ja der Tüftler da vorne hin. Deswegen lass die Maschine schön an der Mauer stehen. Das ist eine sehr gute Position. Jetzt frage ich mich nur, wie das sich jetzt verhält. Und dann sind die da rüber gelaufen. Ähm, greifen die den Tüftler überhaupt an? Muss ich den verteidigen? Ja. Muss ich. Sonst kostet es gut Geld. Schade. Aber dann ist dem so. Dann verteidigen wir den halt. Schade. Ich hab echt gehofft, dass ich dort hinten die Leute auch irgendwie nutzen kann. Aber zumindest die Türme kann ich dadurch nutzen. Oh ja, der Laser von hinten hat er auch gebrezelt. Oh, um Gottes Willen. Ich hätte den ganzen Aufwand entmachen müssen. Die Türme hätten locker gereicht. Moment, war das gerade ein Sound für eine harte Welle? Hat er denn dann fünf Strichen. Jetzt hört er sich wieder wie ein Angriff an. Das hört sich so, als würden sie sich jetzt einen harten Angriff machen. Oh ja. Oh ja. Das ist ein harter Angriff. Da bin ich froh, dass ich einige Sand Defense habe. Ohne die Zick-Türme wäre das schon problematischer. Das ist eine harte Welle. Gewöhnen wir uns mal daran, dass solche Wellen häufiger kommen. Nichts als sein. So, und jetzt rücken wir weiter vor, oder? Auf geht's. Nächstes Kapitel. Oh ja. Da werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao bis zum verfluchten dritten Episoden-Level. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.